Der WNV Unser erster Auftritt in dieser Saison, Saisonbeizung, hier in Marius Nord. Saisonbeizung! Applaus 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 Oh Gott! Die Affen! Eine ganz tolle Bitte an die Jungs aus dem Abendloch! Bitte bleibt in eurem Bock! Der Innenraum ist nicht auf eurer Karte mit dabei! Bitte bleibt auf euren Plätzen! Genau dasselbe auch für die Besucher auf der Haupttribüne! Bitte bleibt auf euren Plätzen! Bitte bleibt auf euren Plätzen! wert eine ganz Wunderschöne Oohe-Bausauw ! Wir sind auf euren Plätzen! Wir sind auf euren Plätzen! Der Innenraum wird auf euren Plätzen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Ach, schade! Also kurze Info, es gibt gleich eine kürzere Halbzeitpause, fünf Minuten, Halbzeitpause, Halbzeitpause von fünf Minuten, was sich hier schon ein Regen ankündigt, also eine kurze Halbzeitpause in fünf Minuten. Also kurze Info, es gibt eine kürzere Halbzeitpause, eine kurze Halbzeitpause, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wiedersehen, wir sind alle! Willkommen zur Zahl des heutigen Andertags zur Zuschauerzahl, präsentiert vom DRIP bei Winten. Der W-Storm bedankt sich bei 1.221 Zuschauer. Schöneidung oder Applaus Untertitelung auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Die 70. Spiegelroute 0-3 Torschütze, die 31 Fabian Gauwitz. Die 70. Spiegelroute 0-3 Torschütze, die 31 Fabian Gauwitz. Die 70. Spiegelroute 0-3 Torschütze, die 31 Fabian Gauwitz.